Was mir wichtig ist, dass unsere MitarbeiterInnen sich wohlfühlen und dass sie gerne zur Arbeit kommen. Beim Thema Dienstrad-Leasing stehe ich aber auf dem Schlauch. Klingt irgendwie kompliziert. Deshalb haben wir uns mit Jobrad zusammengetan. Bei Jobrad bekomme ich passgenau und einfache Lösungen für meine Beschäftigten und den besten Kundensupport der Branche. Alles kostenlos. Kostenlos? Einfach? Passtgenau? Bester Kundensupport? Ganz genau. Dienstrad-Leasing mit Jobrad vereint alle Aspekte, die man sich für einen Benefit wünscht. Nachhaltig, gesund und kostenlos. Wahnsinn, aber... Kein Aber. Mit Jobrad können sich meine Beschäftigten ganz einfach ihr Traumrad aussuchen und es als... ...steuerlich gefördertes Dienstrad nutzen? Yes. Dabei können die Leasing-Raten vom Bruttogehalt abgezogen werden. Oder wir bieten das Traumrad zusätzlich zum Gehalt an. Lasse deine Beschäftigten als attraktiver Arbeitgeber steuerfrei losradeln. New Ride, New Work. Und das mit minimalem Aufwand und... Null Risiko? Yep. Fälle wie Elternzeit, Kündigung, Diebstahl und sogar längere Ausfälle von Beschäftigten sind mit Jobrad komplett abgedeckt. Kostenlos. Der optimale Versicherungsschutz und die große Auswahl an Fachhändlerinnen lassen keine Beschäftigtenwünsche offen. Aber ist das nicht alles ein erheblicher Mehraufwand für mich? Nein. Es ist wirklich easy. Du kannst ganz einfach einen kostenlosen Vertrag mit Jobrad abschließen und dank des digitalen Portals lassen sich alle Jobräder der Beschäftigten schnell und einfach verwalten. Und Jobrad? Jobrad steht dir mit Rad und Tat zur Seite. Bundesweit vertrauen schon mehr als 70.000 Arbeitgeberinnen auf Jobrad. Also einfach anmelden, aussuchen, ausrechnen und aufsteigen lassen? Ganz genau. Und damit lässt sich nicht nur die Mitarbeitergesundheit fördern, sondern auch deinen Standort entlasten. Schließlich passen auf ein Autoparkplatz etwa 10 Jobräder. Mehr geht ja fast nicht. Minimaler Aufwand, aber maximaler Benefit. Aber geht das auch wirklich bei jedem Unternehmen? Von Selbstständigen über Kleinstbetriebe, Kommunen bis hin zum Bundesland oder Großkonzern konnten schon über 1,5 Millionen Jobräder auf die Straße gebracht werden. Also, bist doch du bereit aufzusteigen? Darf ich? Immer. Denn Jobräder dürfen dienstlich und privat genutzt werden. So bringen wir für unsere Beschäftigten Mobilität, Nachhaltigkeit und Gesundheit zusammen. Und das lohnt sich schon ab dem ersten Rad. Und wann kann es losgehen? Sofort! Lass uns gemeinsam die Zukunft der Mobilität neu gestalten. Ich bin dabei. Ihr auch?